Heute geht es um einen Teil, das jede Frau im Kleiderschrank haben sollte. Und wie Coco Chanel eins sagte, es ist wie eine Uniform für jede Frau mit Geschmack. Das kleine Schwarze. Wie ihr den zeitlosen Klassiker stilbewusst kombiniert, zeigen wir euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war meine persönliche Version vom kleinen Schwarzen. Weitere Stylingmöglichkeiten findet ihr online auf grazia-magazin.de und natürlich auf allen unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018